moin moin und herzlich willkommen bei 4M heute zeige ich euch wie ich meine netzwerkdosen angeschlossen habe hierzu braucht man folgende werkzeuge ein lsa plus anlegewerkzeug und ein netzwerk kabel tester set das besteht aus einem sender und einem empfänger beide werkzeuge bekommt man bereits für wenige euro ein link dafür schreibe ich euch noch in die infobox die gängigen netzwerk kabel sind cat5 und cat7 kabel diese unterscheiden sich dadurch cat7 kabel sind paarweise abgeschirmt und cat5 kabel sind insgesamt einmal nur abgeschirmt die beiden gängigen anklussmethoden sind e i a t i a 568 a oder b ich habe mich für b entschieden da es der gängigere standard ist heutzutage dies ist eine unterputz netzwerkdose ein älteres modell aber zu demonstrationszwecken macht es eigentlich keinen unterschied bei den neueren dosen sind die einzelnen acht schlitze jeweils gekennzeichnet mit dem e a t a standard a und b bei dieser dose ist das nicht der fall als ich mein zu hause vernetzt habe gab es leider noch kein cat7 standard sondern nur cat5 die anschlussmethode ist aber die gleiche hier habe ich links oben im bild eingeblendet den e a b standard das fängt mit dem orange weißen kabel an oranges kabel blaues blau weiß weiß grün grün weiß braun und braun dieses schließlich nach und nach mit meinem lsa plus werkzeug an dieses lsa plus werkzeug drückt das kabel in die schlitze und schneidet gleich die kabel enden passend ab wie hier im bild zu sehen selbst bei geübten kabel verlegern kommt es hin und wieder vor dass ein kabel nicht richtig ab isoliert wird um dann den fehler zu finden kann man eigentlich nur noch auf den netzwerk kabel tester zurückgreifen sonst müsste man jede einzelne verbindung kontrollieren was fast unmöglich ist hier habe ich mal demonstriert wie das angeschlossen wird das lan testgerät und zwar kann man jede einzelne phase durchmessen man sieht beim sender und empfänger kann man entweder einzeln die einzelnen acht kanäle auswählen oder man kann es auch automatisch ablaufen lassen falls man sender und empfänger in unterschiedlichen räumen hat das g steht für die erde beziehungsweise die abschirmung dieses habe ich jetzt bei meinem testaufbau nicht angeschlossen deswegen könnt ihr hier sehen beim empfänger kommt das geht signal nicht an